Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute um LSS bzw. Lossless. Es wurde sich in den Kommentaren ja gewünscht, ich soll vielleicht auch mal einen kleineren Low Cap analysieren. Natürlich ist es mit deutlich mehr Risiko behaftet. Wir reden hier von einem Low Cap, der nicht mal 10 Millionen Market Cap hat. Ich komme gleich nochmal dazu. Deswegen genießt das bitte mit Vorsicht. Es kann uns einen kleinen Anhaltspunkt geben. Trotzdem, Low Caps sind immer mit sehr, sehr hohem Risiko behaftet. Deswegen gleich die Warnung vorweg, bitte aufpassen hier. Ansonsten bevor wir starten, gerne dem Video schon mal ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und in die kostenlose Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung und damit würde ich sagen, starten wir durch. Momentan traded Lossless bei ungefähr 0,137 US-Dollar Cent. Ich habe es ja gerade eben schon mal angesprochen, wir haben hier eine sehr, sehr geringe Market Cap von nur 7,7 Millionen US-Dollar. Aber ist nicht wirklich viel. Also ich habe den Tipp damals bekommen, da war Lossless glaube ich bei 2 oder 3 Millionen US-Dollar. Also ich bin hier 2 oder 3 XM Plus, habe aber auch nicht viel Kohle da rein investiert. Es geht jetzt auch nicht darum, wie es kurzfristig ist, sondern generell wie so dieses Gesamtbild momentan hier ist und das sieht nicht gut aus zumindest. Also zumindest in den kleineren Time Frames, was positiv zu erwähnen ist, wir haben die Ineffizienz gefüllt. Das sehen wir hier ganz gut. Wir hatten hier unseren steilen Anstieg am 24. Juni. Dieser wurde mittlerweile komplett gefüllt mit einem tieferen Tief. So, jetzt haben wir aber natürlich das Problem, man kann hier nicht wirklich nach dem Volumen gehen. Klar, charttechnisch habt ihr gerade gesehen, okay, die Ineffizienzen werden gefischt aufgrund des Volumenbasis. Aber, und jetzt kommt das große Aber, guckt euch einfach mal, wenn ihr hier bei CoinMarketCap unterwegs seid, das Tradingvolumen an. Das sind 91.000 US-Dollar, also nichts. Und das ist halt das ganz, ganz gefährliche. Man kann Lossless, glaube ich, bei KuCoin und noch ein, zwei anderen Börsen traden, habe es aber wirklich nur Spot gekauft, weil eben es extrem risikoreich ist. Hier geht es wirklich um den längerfristigen Ausblick. Also kurzfristig, Ineffizienz auf jeden Fall geholt. Und vom Volumencluster her würde ich sagen, okay, passt, wir müssen nicht mehr unbedingt tiefer. Aber wie gesagt, bei diesen 90.000 Volumen, ganz ehrlich, vorsichtig unterwegs sein. Deswegen lohnt sich der Blick auf den Daily-Timeframe etwas genauer und wir ziehen mal komplett raus. Wir sind auf dem Lockchart, weil ihr wisst, Lockchart ist mir deutlich lieber als der Autochart. Wir machen den Autochart an, dann habt ihr so ein Bild und das sieht absolut miserabel aus. Deswegen lohnt es sich vor allem bei kleineren, aber auch bei größeren Coins immer mal den Lockchart anzuschauen. Wir haben von unserem, in Anführungszeichen, All-Time-High mal runtergezogen die Linie und da sehen wir, okay, wir sind absolut in einem Downtrend. Dieser neigt sich aber jetzt so langsam aber sicher dem Ende zu. Warum langsam aber sicher? Weil auf dem Daily haben wir noch etwas Volumen und das liegt hier unten bei den 0,11 US-Dollar-Cent. Also hier unten haben wir noch so eine kleine Daily-Demand-Zone. Ich zoome nochmal ein bisschen rein, das sieht man hier ganz gut. Wenn ich die Zone jetzt mal einzeichne, haben wir hier in diesem Bereich nochmal eine Daily-Demand-Zone. Gehen wir jetzt einfach davon aus, okay, Bitcoin hat seinen Boden noch nicht erreicht, gehe ich hier ganz stark davon aus, dass Lossless auch nochmal einen größeren Abverkauf sehen würde. Wäre ungefähr 10 bis 16 Prozent, was hier nochmal tiefer möglich ist und nicht abzuschreiben ist. Denn Downtrend absolut intakt, wir haben keinerlei Bullish Divergence mehr. Die, wo wir hier gebildet haben, von November bis knapp Anfang Dezember, hat ausgespielt mit einem schönen Pump und sofort wieder rejected eben an dieser Downtrend-Linie. Also hier gilt es weiterhin vorsichtig zu sein. Die 16 Prozent sind auf jeden Fall noch drin. Wenn wir uns jetzt hier das Volumen angucken mit diesem Wig, hier passt es. Also wir müssen nicht mehr ungefähr in die 0,10er-Marke, müssen wir auf keinen Fall. Aber diese 0,11 bis 0,12er-Marke, das ist so die Marke, wo ich überlegen würde, vielleicht nochmal ein bisschen nachzukaufen in dieser Zone. Aber ganz dringende Warnung, tradet das nicht. Wir reden hier von einem Low-Cap mit 7,7 Millionen Market-Cap. Das ist nicht viel. Das heißt, die Kursausschläge sind natürlich deutlich größer und deutlich volatiler, vor allem bei so kleinen Low-Caps. Deswegen vorsichtig hier. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, vielleicht erst auf diesen Retest nach dem Breakout möglicherweise warten. Aber ich sehe hier sehr, sehr viel Potenzial, längerfristig auf jeden Fall. Denn Lossless ist ja im Endeffekt, wenn Hacks stattgefunden haben, um es einfach zu erklären. Zum Beispiel bei Solana, wenn die Blockchain mal wieder gehackt wurde, versuchen die mit ihren Leuten, sage ich mal, die Hacks, das Geld wieder zurückzuholen. Hat schon sehr oft gut geklappt. Deswegen für mich Lossless, eins der wenigen Projekte zwecks Datensicherheit, wo ich mit investiert bin, sage ich jetzt mal. Aber wir haben die ersten großen Widerstände einerseits hier bei diesen kleinen Wicks in dieser Daily-Supply-Zone. Die zeichnen wir mal ganz kurz hier ein in diesem Bereich bei 0,27 und die nächsten bei 0,38. Es wären schon allein von hier 1 bis 2x, die möglich sind. Aber wie gesagt, mit kleinem Kapital, no financial advice by the way, aber mit kleinem Kapital vielleicht hier ein bisschen Risiko gehen. Könnte sich lohnen, aber wir sind wie gesagt noch in einem Downtrend. Und ein Boden ist momentan noch nicht wirklich ersichtlich. Ich würde vielleicht hier sogar echt auf die 11 bis 12 US-Dollar-Cents spekulieren. Charttechnisch gibt es sonst hier wenig zu sagen. Es war halt der Wunsch, mal in kleinere Caps, Low-Caps reinzugehen. Wenn euch das interessiert, schickt mir einfach gerne noch ein paar Low-Caps, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, was ist von meiner Stelle. Also wie gesagt, momentan vorsichtig. Ich bin zwar schon investiert, ansonsten 0,11, 0,12 oder dann auf das Breakout warten. Profite bzw. 100, 200 Prozent, wenn nicht sogar 3,8 Prozent sind. Vielleicht auf sich dann Bullrun auf jeden Fall hier möglich. Gerne ein Like da lassen, abonniert den Kanal, gerne in die Telegram-Gruppe kommen. Das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.